Wie schroff verblüfft Das war noch gar nichts. Für extremste Situationen, wie beispielsweise mobile Anwendungen oder Verteidigungstechnik, ist das Titan-System bestens geeignet. So geschützt kann Ihre Elektronik in den Schroffprodukten nichts zustoßen. Wie wir gerade gesehen haben, hat die Dame hier eine Klemmschel aus dem Titan-System genommen. In der Klemmschel befindet sich eine Cardlock. Die schauen wir uns mal genauer an. Wenn man hier unten an den Gliedern dreht, dann spreizen sich diese und fixieren so durch die Klemmkraft die Leiterkarte fest im System. Den Service und die Flexibilität von Schroff, den kann ich sehr schön am Beispiel der Frontplatten demonstrieren. Schroff liefert diese bereits ab zwei Arbeitstagen und ab einem Stück. Das heißt Auswahl, Bestellung, Designfreigabel und schon ist es bei Ihnen. Deswegen nennt sich das auch Frontplatten-Express. Die Vielfalt der Produkte von Schroff spiegelt sich auch sehr schön in der Kühlkompetenz wider. Wir haben hier Filterlifter, Lüftereinschübe, Luftwasser-Wärmetauscher. Die leiten bis zu 40 kW Wärme ab. Das waren ungefähr 3 kW. Jetzt kommen 40. Okay, sieht vielleicht ein bisschen albern aus, aber man kann sich ganz schön merken, dass das 40 kW Wärme sind, die da abgeleitet werden. Schroff reagiert sehr flexibel auf die Anforderungen, sofern diese Sinn machen. Wenn Sie mich bitten, zum Beispiel... Wenn Sie mich bitten, die Cardlock als Strohhalm zu verwenden, dann macht das keinen Sinn. Stattdessen liefert Ihnen Schroff nämlich ganzheitlich aufeinander abgestimmte Systeme, nicht nur einzelne Komponenten, bestehend aus Baugruppenträger, Backplane, Kühlung und einem Netzgerät. Bei Schroff kommen Ihnen einfach 40 Jahre Inhouse, Mechanik und Elektronikentwicklung zugute. Deswegen funktionieren diese Systeme so abgestimmt perfekt aufeinander. Jetzt ist Ihre Elektronik aber nicht nur vor Vibration und Schockbelastung geschützt, sondern eben auch vor Staub, Schmutz oder sogar Flüssigkeit. Das kann ich Ihnen mal demonstrieren. Wir haben hier einen Outdoor-Schrank mit IP-Schutz 55. Zugegeben, Milch dürfte weniger eine Gefahr darstellen in Ihrem Arbeitsbereich, aber vielleicht Spritz oder sogar Strahlwasser. Und vor all dem ist Ihre Elektronik hierin geschützt. Hierauf sind wir ganz besonders stolz. Lassen Sie mich die wichtigsten Eigenschaften nennen. Schlank, ästhetisch, sehr ansprechendes Design. Entschuldigung hier, sehr ansprechendes Design. Ich rede vom NovaStar, der vereint Funktionalität mit Innovation. Und ich denke, Sie werden verblüfft sein, welche Vielfalt Ihnen Schroff darüber hinaus noch bietet. Einfach mal über den Teller bzw. Fernsehrrand hinausschauen und Sie werden viele Dinge entdecken, die Sie verblüffen und begeistern. Zum Abschluss würde ich Ihnen jetzt gerne noch unseren Neuheitenflyer mitgeben. Der befindet Sie hierin. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank.